hallo zusammen weil irgendwo im forum die frage aufgetaucht ist wie ich sein gesicht oder wie ich dieses bildfarb korrigiert habe möchte ich kurz zeigen was ich daran gemacht habe oder wie ich dazu gekommen bin ich mache das jetzt hier mal beispielhaft in photoshop weil ich denke also ich arbeite normalerweise am mac und mache das dann mit final cut oder color das werden die wenigstens wahrscheinlich zur verfügung haben in photoshop könnt ihr wahrscheinlich leichter dem folgen was ich mache es ist also weniger eine konkrete anleitung wie ich das im programm umsetze sondern eher einfach beispiel wie man ein bild bearbeiten kann um zu einem cooleren oder besseren bild zu kommen was mich an dem bild gestört hat ist dass das gesicht sehr beleuchtet aussieht im verhältnis zum hintergrund und auch zum fahrzeug was eben relativ dunkel ist außen ist es ein bisschen kühler dass sein gesicht ist sehr warm beleuchtet und wahrscheinlich ist von rechts eine softbox installiert gewesen also irgendein bild was ich aus dem internet habe wahrscheinlich war rechts eine softbox die sein gesicht beleuchtet wodurch das gesicht finde ich sehr flach wirkt also man sieht im grunde keinerlei konturen oben keinerlei falten keinerlei haut unreinheiten auf dem auf der stirn und auf den wangen außer diese sehr markante feide die eben aber auch durch das weiche licht eben keine starken schatten wirft und dadurch nicht besonders gut sichtbar ist das wollte ich ändern und habe dazu hier eine reihe von effekten auf dieses bild angewendet wodurch das gesicht am ende so aussieht es ist also einfach von der farbigkeit mehr an den hintergrund angepasst es ist dunkler geworden und die ganzen also der schatten von der nase ist viel markanter die stirn ist markanter das haar ist ein bisschen nachgeschärft und so weiter ich will es einfach kurz zeigen welche effekte hier drin stecken im grunde ist das nämlich alles keine große hexerei ich mache das mal alles der reihe nach aus diese untersten vier ebenen machen alle das gleiche die schärfen das haar nach das sieht man jetzt in der kleinen auflösung relativ schlecht ich suche da mal ein bisschen ran dumm die dumm die dumm mache ich diese vier ebenen an jetzt sieht man das glaube ich besser dann ja das haar kriegt einfach ein bisschen mehr kontrast und kontur ich habe aber eben nicht den kontrast angehoben sondern ich habe die 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 hintergrund ebene dupliziert und habe das über filter sonstige filter hochpass habe ich die konnten die die kanten angehoben und dann wird eben die ebene über weiches licht hier drauf multipliziert was diese nachschärfung angibt je nachdem um wie viel pixel man den den hochpass filter einstellt ergibt sich dann unterschiedlicher look ich stelle das immer lieber auf niedrigeren wert und dupliziere mir meine ebene dann hier übereinander so oft bis ich das gefühl habe dass es gut aussieht angewendet habe ich man sieht das jetzt hier ganz klein habe ich das nur auf die haare weil würde ich das aufs gesicht anwenden würde ich eben kleine hautunreinheiten hervorheben weil ich da den kontrast anheben und das ist ja gar nicht das was ich will ich will die großen sachen anheben die nächste ebene ist eine einstellungs ist ein schwarz weiß filter entscheide ich auch mal an jetzt ruhe ich mal wieder aus meinem bild raus so ich mache die eben noch mal und aus wenn man den unterschied sieht dieser schwarz weiß filter ist so eingestellt jetzt ziehe ich mal die einstellungen hier runter damit man sieht was ich da gemacht habe doof jetzt verschinden meine ebenen erstmal egal also der schwarz weiß filter liegt über das ganze bild die ebene ist so eingestellt dass von dem schwarz weiß filter nur das gesicht beeinflusst wird und dann habe ich diesen schwarz weiß filter so eingestellt dass ich den rot ton regler in den dunklen bereich gezogen habe und den gelb ton regler in den hellen bereich und dadurch stellt man eben dass das gesicht in sich kriegt dadurch wesentlich mehr kontrast wenn ich mal die regler noch mal zurückschieben so jetzt mache ich den effekt noch mal auf 100 prozent jetzt ist das gesicht warum ist es nicht ganz schwarz weiß ich bin etwas verwirrt jetzt bin ich gerade etwas verwirrt warum es nicht vollständig schwarz weiß wird da muss irgendwas darüber noch an sein was mich gerade irritiert wie auch immer man sieht trotzdem was ich meine wenn ich den rot regler runter ziehe weil das gesicht eben sehr viel rot anteile hat dann wird nur das gesicht schwarz weil im restlichen bild eben kein rot ist jetzt zieht diesen rot regler bis hierhin runter jetzt sieht er aber nicht besonders gesund aus wenn ich den gelb regler wieder hoch ziehe dann sieht sein gesicht wieder gesund aus und ich habe im verhältnis zu den unveränderten reglern eben seine seine kontraste im gesicht stark angehoben so dass der schwarz weiß filter der darin ist jetzt hole ich meine ebenen wieder runter um den der braucht gar nicht ganz so stark angewendet sein dass da so reichen 75 prozent irgendwie sowas in der gegend in meinem fall das muss man immer anpassen anpassen hier sieht man jetzt gut dass das das gesicht dunkler macht und eben auch dass man auf dem gesicht auf der stirn eben plötzlich hier helligkeitsunterschiede so in dem bereich zum beispiel erkennt die plötzlich die die plötzlich viel stärker vortreten die hier fast nicht da waren hier das ganze gesicht irgendwie so eine fast schon überbelichtete orange tönung und so sieht es ja einfach kriegt einfach mehr mehr charakter das ganze gesicht als nächstes kommen zwei ebenen das sind wieder die die beiden ebenen sind vollständig identisch die hier drüber liegen die machen dasselbe ich bin da einfach immer so dass ich mir die ebene dass ich den ebeneffekt einmal einstelle mit relativ wenig auswirkung und ihn dann eben lieber mehrfach darauf anwende ich finde das ergebnis dann irgendwie schöner und leichter zu kontrollieren kann einfach einzelne ebene nachher wieder ausmachen soll ich das hier unten dann auch mache für die haare bei dem kontrast der ist auch nur auf den gesichtsbereich angewendet ist einfach der kontrast regler ganz hoch geschoben mehr ist da nicht passiert um einfach den den unterschied den wir mit diesem schwarz weiß filter im gesicht erzeugen noch stärker hervorzuheben ich mache die beiden den ebenen noch mal aus nochmal wieder an denke man sieht ganz gut den effekt weil diese kontrast anhebung auch die sättigung des gesichts anhebt was ich aber gar nicht unbedingt wollte kommt danach ein filter drüber hier der die sättigung im gesicht wiederum nur das gesicht ein wenig reduziert ja und das ist eigentlich auch schon der ganze alles was da passiert ist also arbeitsaufwand eine minute würde ich schätzen aber ich finde das ergebnis ist ja relativ ordentlich und das wäre jetzt quasi mein 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 erster schritt also meine farbkorrektur um erstmal ein neutrales bild zu kriegen von dem ich dann weiter arbeiten will und darüber kann man dann eben irgendeinen beliebigen farbeffekt oder was man auch immer eben als durchgängigen look für den film haben will in seinem schnittprogramm oder farbkorrektur programm je nachdem was er halt benutzt legen ja was dann eben den dem film tatsächlich den ding ja durchgängig ein look verleiht oder szenenweise looks verleiht oder was auch immer das ist ja sowieso denke ich auch der bekannte arbeitsablauf erstmal mein mein ausgangsbild quasi auf null zu bringen und dann ja mein effekt darauf anzuwenden so sollte es zumindest eigentlich laufen ja ich hoffe jetzt ist ein bisschen klarer was in diesem bild passiert ist und warum das gesicht im verhältnis zu vorher so anders aussieht und so schön viel kontrast hat und so so schönen charakter bekommen hat ciao ciao